Heyo mein Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu Black Mesa Blue Shift weiter geht's ja ich habe gerade mal geguckt das ist das vierte Kapitel wir müssen aber noch am Anfang sein das haben wir das kann nicht mehr sprechen das heißt wir haben jetzt noch eine ganze weile vor uns denke ich also hoffe ich kann ja hier so sick wir sind einfach ein wichtiger Mensch oh das sieht ja das sieht ja lustig aus hier nein die Wichser solche Wichser ey oh was ist das aber man muss schon sagen dafür dass das ja nur in Anführungszeichen eine Erweiterung ist finde ich das super geil qualitativ auch vom Inhalt her und so von der Spielzeit her und so das ist schon sehr geil oder also ich sag mal so für die damaligen Verhältnisse muss das halt einfach krass gewesen sein so und es hat bestimmt noch nicht viel gekostet damals ja aber die sehen uns nicht wenn wir hier aber die sehen uns bestimmt gleich auch ist es schon oh Oh shit. Alter, was? Ich seh... Alter. What the fuck? Was geht ab? Fucking Effektgewinner hier. Holy shit, ich seh nicht einen Gegner gerade. Ich bin absolut überfordert. Ist das geil, Alter. Das sah ja voll cool aus gerade. Holy Maccaroli, ey. Oh, das war so awkward. Na? Will einer von euch... Nein? Oh, okay. Dann müssen wir hier nicht lang. Was sieht so cool aus? Wie, 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 wie. Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, dass irgendwas schön oder cool aussieht. Ja, es ist einfach... Es tut mir wirklich leid. Aber wenn mir was die ganze Zeit gefällt, so, dann... Weiß ich nicht. Äußere ich auch das... Äußere ich das auch die ganze Zeit, das meinte ich. So, kann ich ja noch was machen, ey. Ich weiß, es ist manchmal nervig. Aber ja. Machen die hier nicht auf? Jungs? Ah. Kein Bock hier durchs Tor. Ah, ich seh schon. Ich muss hier irgendwas mit den Krähen machen oder so, ey. Oh. Okay, ich verstehe. Äh, das ist ja geil. Hä, das ist ja voll cool. Als ob ich das Ding jetzt fahre. Du wirst mich wohl verarschen. Komm, aus dem Weg, aus dem Weg. Du wirst mich verarschen. Wie geil ist das denn, ey. Hä, das ist ja super cool. Okay. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Come on! Geh mir an, du schiefst! Ah. You're the honor scounder. Yeah, you gotta hold down on that thing, otherwise it resets. Ah, geil. Die haben schon Vorgeschichte hier. Die haben schon. Was ist das? Das ist nur Calhoun. Er ist... Er hat die Karte von Haralds. Was? Wer? Harald Mezner. Er ist ein alten Kollege von Dr. Rosenberg, richtig? Von den alten Zeiten. Ich habe mit Mezner für ein bisschen, bevor er und ich es gab. Er sagte, ob er es nicht gemacht hat, dass ich ihn nicht nehmen muss, ich habe seine Karte von Rosenberg und ihm alles was ich konnte. Ihr Freund hier muss ich in den Herald oder was, und schau mir das. So sind die scheiß Untertitel hin, Leute. Das stört mich voll. Spiel. Irgendwie Untertitel. Untertitel. Oh, kacke, ey. Eingabe, das ist der Tour Audio, weiteres. Versetzer. Ah, guck mal hier, die ganzen deutschen Versetzer. Okay, danke, man, an Itzy, lol, und Ittyfinger und so, und Archie und Artie oder so, aber, ach so, das ist russisch. Ja, cool, cool. Äh, zurück. Graphic. Untertitel, hier muss man die Komponente machen, irgendwo Untertitel anmachen. Das ist doch kacke, ey. Ich hatte doch Untertitel an. Schade. Okay, okay, we'll help you find him. I'm telling you right now, if this thing turns into a wild goose chase, we're going back to my original plan. No exceptions. Fair enough. I heard the Jawheads talking about me. There's another scientist out back in the real time. I think they were about to go, question her. You're sure she's still out there? Yeah, I think so. Okay, let's go help her out. Ah, ha, 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 ha. Achso. Was ist hier drin? Bestimmt ein Vieh. Oh, oh. What the fuck is that? Ein eingefrorenes Vieh, krass. What the fuck? Oh, oh. Oh mein Gott. Das ist so geil mit den Dingen. Wo denn? Ich seh' Arsch Okay Okay What's next? Hier denn wahrscheinlich, ne? So Nein Können just talk to the aliens Ron Where's that direct? It's back this way, follow me Follow me Yeah Yeah I'm letting you know right now Mr. Fearless Hehehe You sure? Yeah Besides Okay 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 Nix mit Schleichen Hab ich verstanden Jaja Die Granate Kannst du aber schön bei dir behalten Freund der Sonne hier Oh What the fuck Was ist das denn? Das ist immer aus Die fette Antillerie Oder sowas Hä? Achso Das ist einfach geil aus hier Oh mein Gott Einfach nur cool Ja 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 alles gut Ist halt eng hier oben, ne? Oh Oh shit Hätte ich vielleicht mal warten sollen Mit dem kaputt machen Naja egal Okay What is that? Stowage Ehh Let me get out of the way here Ah Gute Frage Nächste Frage Hier kommen wir wieder nicht durch Oder? Ne Hier auch nicht Hier kommen wir auch nicht rein Schade dass die Tür nicht zunehmen Hier auch nicht Okay Hm Ah Ach das gleiche wieder? Oh ja Ach du Scheiße Oh nein Oh nein Oh nein Oh mein Gott Ich weiß schon worauf das gleich hinausläuft Ach du Kacki Oh das war der falsche Okay 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 also ich schieb den jetzt einfach weg Und halt wahrscheinlich aufs Tor drauf Was da aufgeht Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein kann ich das hier weiterschieben theoretisch theoretisch kann ich das ganze denn noch schieben oder so so Ja, okay, aber wie? Wie um Himmels Willen komme ich auf das andere Gleis? Ach, hier muss ja bestimmt erst irgendwas aufgehen jetzt. Und dann kann ich nachher da durchfahren, oder? Aber ich kann ja hier nichts umstellen, oder so. Wo mache ich denn das? Muss ja hier oben in diesem Häuschen hier gehen, aber da ist nichts. Gott, wie soll man denn darauf kommen? Eben, wenn man darauf kommt, ist ja auch Weihnachten. So eine Rakete suchen jetzt, oder? Haben wir noch ein Raketchen hier irgendwo? Das wäre sehr geil. Oh, was ist das? Okay, interessant. Ah, hallo. Da bist du ja. Klar. Oh, scheiße. Dr. Rosenbaum? Was ist das? Oh? Du meinst Rosenbaum? Ja, das ist es. In einer anderen Seite der Rallye, wenn ich mir das hätte. Diese Militärer wollen, dass sie alles was, was sie können können. Before sie vollkommen ausfüllen. Ich glaube, das ist die Wissenschaft. Na, wir gehen dich aus hier, dann. Wir gehen hier, dann. just follow me aua das reicht doch nicht war was beschießt mich denn hier oh gott gegen scharfschutz oder so fahr ich jetzt hier einfach weg aua alter aua ich fahr jetzt einfach weg ist mir scheißegal oh das scharfschütze oh gott aua stop fahr jetzt einfach weg reingehauen ich muss die weiche noch stellen das bringt ja sonst gar nix ja das geht ja noch gar nicht okay okay dann knall ich euch jetzt alle weg oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott die sind ja überall oh 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 ist im arsch echt da ist nur ein sniper hinten wie kriege ich den weg vor allem wie stelle ich die weiche um die nächsten aha so gut im ziehen ist er auch nicht ne okay das geht glaube ich so nicht aha juhu ah der muss ja tot sein ja der ist hier aus dem lüftungsschacht hier unten raus geflogen hier runter geplumst alter oh ist das okay davon ist ja gar nichts mehr üblich ho 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 alter hat man dem verdroschen alter oh mein gott okay cool aber wie stellen wir die weiche um jetzt sowas werden wir trotzdem noch nicht wer war ich denn das wer war ich denn das wer war ich denn das hm achso wer sagt denn überhaupt dass ich mit dem zuchter durch muss ich muss ja hier ein einfach nur weiter laufen oder ja muss ja auch ist doch ein quatsch ja aber ich glaube wir machen hier schluss und es geht noch eine ganze folge denke ich vielleicht sogar noch länger keine ahnung ich weiß ja nicht in welchem umfang wir uns jetzt also in welche genaue stelle wir uns jetzt befinden hier im im kapitel also demnach geht es hier noch eine ganze weile weiter vielleicht mal schauen ich muss ja auch auf jeden fall schluss machen und wir sehen uns gerne im nächsten part wieder zu äh black mesa blue shift bis dahin hier hier